Christoph, du hast heute ein solides Halbjahresergebnis präsentiert. Was macht dich am meisten stolz? Wir sind zufrieden. Wir haben ein gutes Halbjahresresultat erreicht und das in einem sehr wettbewerbsintensiven Marktumfeld. Wir haben drei Auszeichnungen gewonnen, die mich sehr stolz machen. Wir haben die stärkste Marke der Schweiz, wir haben das beste Netz der Schweiz und wir haben auch zum zweiten Mal die Auszeichnung erhalten als nachhaltiges Telekommunikationunternehmen der Welt.